Guten Tag, der Weg ist frei ! Glaubst Du mein Freund ? Also... und jetzt noch mal ... Nice ! J-Öhhh ... Direkt Ende ! Mist ! Zu spät ! Sie wissen jetzt wo du bist los ! J-Öhh ... Der Schrei war lustig ! Ich will den noch mal hören deswegen sterb ich Jess ! Ach, Mist, ein Checkpoint wurde schon erreicht. Nein. Warum tut die mir sowas an? Verdammt. Nicht lustig. Gott. Gott, nimm die Pistole. Nimm die Pistole. Genauso. So verfein. Oh Gott. Hör mal, hör mal, hör mal. Nein, nein, nein. So geht das. Hör mal, nein. Genau so. Fein gemacht. Und du nimmst, ja genau das. Ach, das ist auch eine Schrift. Gut zu wissen. Oh Gott. Ja, genau so. Ah, fein gemacht, Faze. Läuft doch gerade prima. Aber wenn ich jetzt noch einmal sterbe, ja. Ähm. Dann ist es erst mal aus mit Pistole. Oh Gott. Oh Gott. Okay, nochmal hoch. Äh, die andere Waffe wurden. Rupp. Dann können wir den nämlich auch noch erledigen. Und dann haben wir freie Bahn. Fahne, was dann? Nein. Böse. Aufhören. Nicht gut. Faze töten. Böse. Gut. So. Hehe. Ja. Jetzt sind da noch ein paar gewisse nette Herren. Und zwar genau einer. Und wenn ich jetzt daran scheitern sollte, dann raste ich voll aus. Aber es ist ja halbwegs einfach, denn man muss ja eigentlich rein theoretisch nur das Teil ergreifen. Dann kann man sich voll Rambo-mäßig da durchspallern. Fah. Ich versuche das Faze zu treffen. Oh, 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 oh. Oh. Freiheit. Uh, geschafft. Das war ich dir schuldig, Kate. Nimm das. Das ist Merk. Er ist dein Freund. Er wird dich hier wegführen. Ich lenke die Cops ab und komm später nach, okay? Oh, nein. Ich konnte sie nicht stoppen. Sie haben Kate. Aber ein paar der Penner habe ich erwischt. Wo sind sie hin? Sie haben etwas erwähnt. Die Scherbe. Beim Bürgermeister? Ja. Shit, Merk, ich hole jemanden. Einen Arzt. Das bringt doch nichts, Faze. Es tut mir leid, Merk. Es tut mir leid. Nein, nichts bereuen. Aber lass sie nicht gewinnen. Niemals, Merk. Versprochen. Danke, Kleine. Das war es. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Nein, nein, nein. Da, 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 da. Oh, oh. Hä? Das war richtig. Gott. Securing your world. Genau das hier. Ach, jetzt. Das war halt irgendwie Haltung von allem. Jetzt nicht unbedingt Klimaschutz, denke ich. Sondern auch der Schutz eben vor Runnern zum Beispiel. Vor Kriminalität und so. Einfach das Fleckchen. Und war. Erschießen Sie mich auch? Waren das Ihre Leute? Nein, die sind von PK. Perrin Dallou Kruger. Privater Sicherheitsdienst. Was geht hier vor, Miller? Der Mord an Pope. Hat sich rausgestellt, dass Sie einen Insider hatten. Also hat sich doch recht. Ja. Sie hatten recht. Ich habe selbst versucht, Antworten zu bekommen. Aber warum Kate? Sie brauchten einen CPF-Cop als Popes Mörder. Keine Zeit für Erklärungen. Gehen Sie mit dieser Kommunikationseinheit aufs Dach. Dahin haben Sie Kate gebracht. Ich melde mich, wenn es sicher ist. Ich halte Sie auf. Das Dach. Gehen Sie. Jetzt. Hm. Nun denn. Da ist sie! Jetzt ist auch wieder was ganz Tolles. Ich bin hier auch so einige Male gestorben. Allgemein im ganzen letzten Level gestorben. Muss man nämlich hier mal draufdrücken, 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 draufdrücken. Nein, nein, nein. Lalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalala. Was? Ah. Aus dem Glück habe ich das geschafft. Okay. Bin zufrieden. Ist auch ganz gut gelaufen. Ja. Komm, vielleicht noch eine Zigarette rauchen, bis der Aufzug endlich da ist. Diese 511 Stockwerke nach oben. Geht doch. Nein. Hör mal. Hör mal. Danke. Vielleicht ist der Herr. Ich bin im Überwachungsraum. Ich habe Sie auf dem Monitor. Sie müssen aus dem Aufzug raus. Sie kommen. Äh, nun denn, dann laufen wir einfach mal. So, wie lang? Keine Spur von dir. Oh ja. Liebe Faith. Das Abrollen ist schon eine Schwierigkeit. Wir müssen aufpassen, dass da nicht irgendwie zufälligerweise mal ein paar Aufzüge vorbeihrasen. Ich habe Sie gehört. Sie sind im Aufzugsschacht. Also, irgendwo da drin müsste es einen Zugang zum Belüftungssystem geben. Es führt Sie nach draußen. Auf der anderen Seite des Gebäudes müssten Sie einen Weg zurück nach innen finden können. So können Sie die Kerle abschütteln. Oh, das war knapp, Faith. Wollte ich mal erwähnt haben. Du sollst sich... Oh, ah, oh. Voll, ah, Handkante. Oh, scheiße. Oh. Äh, hi. Sollen wir das noch ein bisschen weiterspielen? Bestimmt lustig. Ja, du sollst da runter, Faith. Wenn ich sage, du sollst... Ja, das mit dem Festhalten funktioniert, also so, doch nicht ganz lustig. Ja. Hätte ja sein gekonnt. Meine Güte. Oh. Äh, wo bin ich? Hier bin ich, gut zu wissen. Gott. Na gut, eine kleine Abkürzung war das dann doch. Ja. Loslassen, bitte. Danke. So, und dann gucken. Da war der Aufzug. Schnell springen. Gott. Faith, du. Mann, oh, oh, oh. Hoch. Ja, abrollen. Wie oft soll ich das noch sagen? Wie eine Fresse. So. Könnte ich vielleicht rein? Tuch, hieß ich. Den ganzen... Nein, äh. Nein. Ja. Gott. Äh, Faith. Eine Frage. Gehst du jetzt freiwillig da ran? Ah! Gott! Faith, du. Oh. Alles verschwiegen. Äh, ja. Sie hat sich festgehalten, immer wieder losgelassen. Ja, schön. Hi. Ja. Da lang. Weise Entscheidung. Weise Entscheidung. Weise Entscheidung. Ich hab'n böses Gefühl gerade. Du, wer, 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 so ist nicht. Also, wenn das, wenn die Musik jetzt auf einmal zu laut ist, ja, dann, dann gibt's Prügel, aber sowas von. Ich sehe gerade sehr viel, muss ich gestehen, muss ich gestehen, nicht? Ach, da, da. Hup, oh, da, da. Gut, dann geht's weiter, indem ich hier langlaufe. Hopp, hopp, hopp. Nein, nein. Hey, warum tust du mir das an? So, und dann wieder so. Und dann... Dann so. Gut. So soll's laufen. So, ach, da, da. Oh, Gott. Ja, so geht's auch. Nach unten, nach oben, nach unten, nach oben. Nach unten, nach oben. Nach oben, nach unten. Ah, du sollst dich schneller drehen. Nein, hoch da. Genau. Faith, ich bin geräuscht mit dir, sehr glücklich. Oder ich bin mit mir jetzt sehr glücklich mit meinem... mit meinem... äh, Steuerungskünsten, äh... oder so. Jetzt sehe ich Sie. Ein Scharfschützsystem überwacht dieses Gebiet. Sie können auf der anderen Seite wieder rein. Seien Sie vorsichtig, Faith. Jep, wieder ein paar Scharfschützen. Unschöne Sache, unschöne Sache. Äh, ja. Es reicht natürlich zwei Schüsse, dann Faith endgültig wieder zu... äh, neutralisieren. Zu töten. Das war das Wort, was ich gesucht habe. Gut. Ähm, jetzt, ihr weiter... Was ist er? Oh. Nein! Faith, warum tust du was? Manu. Ja, lauf schneller! Ah! Faith ist tot, Faith ist tot, Faith ist tot. Ok. So ist es. So ist es. Kann ja nicht immer hier, ne? Immer überleben. Eh, eh, tschüss. Nein, grunter. Meine Güte. So und. So. Nein, du sollst dich verstecken.